Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Minecraft PvP Part und es gibt jetzt eine kleine Ankündigung und zwar... Ich hab ähm... Es gibt ja so ganz viel so z.B. Pet Force, Survival Games, ne? Und auch PvP, z.B. für Eastcraft. Ne, das hab ich mir jetzt gedacht. Ähm, wenn ich bei Mao Eastcraft bin, dann mach ich nur bei Eastcraft und mach das dann mal PvP, bei Bedwars mach ich Bedwars und... Survival Games oder Ender Games bräuchte ich dann halt, als bei Ender Games oder... Wenn ich jetzt alles auf PvP komm, dann... Bedwars ist ja nicht so auf PvP oder so, ne? Und ja, also ich hab hier noch was gefunden und zwar ist sowas wie Minecraft, Varo, es ist sogar eigentlich Varo. Ist eigentlich total identisch nur der Name ist, z.B. es heißt Vaid. Wir können ja auch suchen. Ne, ich geh mal eben auf dieses Farbe hier auf. Hier von 16 und was ist so lange. Dann gehen wir uns im Team. Hier natürlich grün und grün und grün, wie das Farbe ist. Und jetzt kommen da ganz viele und... Ähm, wenn's mindestens zwölf sind, dann... Ja, mindestens zwölf sind ja dann... Ist auch schon los. Und ich mach kurz mal Pause, weil das sollte ein bisschen jetzt. Okay, es geht in 5 Sekunden los. Ich muss mitmachen mit Witz gezockt. Und es geht los. Und ja, ich mach kurz mal den Screenshot. Den toten Busch davor. Und... Und... Ja, die sind mal Fanny noch. Oh, ich hab mir erst... Und davon hab ich den, glaub ich, verloren. Okay, ähm... Wenn's gezockt ist... Okay... Drei... Zwei... Eins... Ah, kack mal. Oh, oh, oh. Muss ich schon was nehmen. Mensch. Mensch, Max. Ah. Was ist jetzt hier los? Oh, mein Gott, hier sind echt viele. Echt viele Menschen. Ich mach jetzt mal einen kurzen Aktivwert, mal weg oder was. Na, guck mal, das hier. Ah, 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 ich sterbe, ich sterbe. Hehehe. Ist was mach ich nicht, okay, wenn ich mir auf die Saison gespielt habe... Was soll ich machen? Na ja. Äh, hat mich, ja. Ich hab mir die Fluchträger drauf. Immer wenn ich auf die Bank gespielt habe, flieg ich immer... Schon mal ein Team kamen mal raus. Aber das ist von vorne gefüttert mich nicht mehr. Sein Blau ist ausgeschieden. Okay, wo ist mein komischer Teampartner? Ist er weg? Ach, das ist schon mal eine Bärbel. Tschüss, man. Ich komm mal eben ab, ne? Wovon nehm ich jetzt? Ah, Entschuldigung. Oh nein, ich kann nicht mal rennen. Jo. Hallo? Hallo? Äh, ja. Und diese Runde ist vorbei. Das bedeutet, dieser Part ist jetzt schon zu Ende. Denn ich mach immer nur einen. Äh. Und hör so, Leute, bis dann und schau. So. So.